Heute fahre ich nach Spelle und besuche die Firma KRONE. Das ist jetzt der stärkste Häcksler der Welt. Genau, das ist ein Häcksler mit 1100 PS. Die derzeit stärkste Landmaschine der Welt. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Du hast mir ja versprochen, dass du mir das Ding auch von innen zeigst. Das will ich jetzt sehen. Gemüht man sich schnell ran? Gemüht man sich sehr schnell ran. Total toll.